ist gut gemacht jetzt mache ich mal von mir ja genau jetzt mache ich mal jetzt machen wir jetzt mache ich mal erst mal ein video von euch beide die schwäbische luxemburgerinnen die ausgewanderte schwäbinnen aus luxemburg ja und dann dreht ihr euch mal so ein bisschen nach ja genau dass unsere arbeit sehen ist sehr schön aber es liegt dann das objekt nicht nur an unserer arbeit ja zwei hübsche sympathische schwestern haben heute gehabt und was sehr schöner tag mit euch danke wir danken euch dass ihr da wart danke bitte bitte